So, nachdem in der letzten Folge die verdammten Piraten, nachdem sie mich interdiktet hatten, einer kam noch, nachdem ich den abgeschossen hatte, den Chef von denen, kamen noch die beiden Hiwis hinterhergesprungen, während ich gerade damit beschäftigt war zu gucken, wie viel was mit dem Material ist, ob ich es aufsammeln soll oder nicht und so weiter und so fort. Und die haben mich doch schlicht und einfach haben mir die Schilde weggeschossen und die sind inzwischen schon repariert, seht ihr ja, und haben meine Hülle auf 71% runtergeballert und ich habe sie dann beide erledigt und war völlig platt. Okay, jetzt stehe ich hier und jetzt gucken wir mal, jetzt geht es weiter zum Sammeln von High Grade Emissions und zu diesem Behufe werden wir uns wieder aufmachen zur Navigationsboje, denn für Leute, die in Elite Dendroist nicht so bewandert sind, ich zeige das mal, hier sieht man unter Navigation, dass wir vier oder fünf unidentifizierte, mein Gott, furchtbar, Signalquellen haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ich kann die einzelnen natürlich antitschen und gucken, was sind es für eine Art. Und es ist allerdings so, dass da immer im Minutenabstand welche dazukommen und gut, ich kann es ja mal zeigen. Wir machen es jetzt einfach mal. Oder sagen wir mal so, das wäre eben die erste, ups, wo sind sie jetzt? Eben waren sie doch noch da. Habe ich das geträumt oder? Ich habe da überhaupt nichts geändert. Auf jeden Fall, also eben waren sie da und jetzt wollte ich gerade zeigen, wie, dass man sich die einzelnen Packt eben auf sie in Richtung fliegt und dann kriegt man angezeigt, wie lange die Signalquellen noch aktiv sind und wie weit weg sie sind. Bloß, das hätte ich jetzt da fünfmal machen müssen. Da bin ich natürlich ewig mit beschäftigt, den verdammten Kahn im Raum rumzudrehen und zu zielen. Einfacher ist es sich direkt, was ich jetzt mache, ich nehme die Navigationsboje, die es natürlich nicht in allen Systemen gibt, aber doch in den meisten. Nehme die als Ziel und scanne die erstmal. Jetzt habe ich die als Ziel genommen und man sieht auf links auf dem, äh, quasi Kompass, eben war sie also direkt hinter uns. Jetzt liegt sie vor uns, man sieht sie auch schon, ist 35 Sekunden entfernt noch. Was, was manchmal übersehen wird, ist, dass, äh, die Navigationsboje sozusagen nur einen Bereich darstellt, der sich, ähm, meines Wissens, äh, eigentlich immer am, am Zentralstern befindet. Ziemlich nah, also so hier auch. Und, ähm, bloß, äh, die selber kann man in dem Sinne nicht scannen, sondern im Bereich, in diesem Bereich ist sozusagen die, das Navigationssignal und das muss man scannen. Das werde ich jetzt gleich mal vorführen, äh, weil das eben ab und zu auch wirklich sehr hübsch aussieht, dieses Navigationssignal. Und es sendet einen Morse-Code aus, äh, ich meine mich dunkel zu erinnern, ist, dass der Morse-Code, da muss ich doch mal nachgucken, äh, den, äh, den Systemnamen Morse, in, in, in Morse-Code, eben, bieb, 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 und so weiter. So, jetzt nähern wir uns denn, jetzt mache ich wieder den Trick, 100%, jetzt, und wenn ich da genug dran bin, zack, Sprung aktivieren, und jetzt bin ich da. Ja, so, jetzt sehe ich, äh, direkt voraus, die Navigations-, das Navigationssignal, das habe ich jetzt, äh, in, in Ziel genommen. Ähm, so, und jetzt gucken wir uns das mal an, gemütlich, Leute. Besser geht's natürlich, wenn ich den Scheinwerfer anmache, vielleicht, dann kann man die zum Beispiel auch mal sehen. So, und das, das sieht doch eigentlich ganz nett aus, das werde ich nach dem Video mal machen, da, ob, ob das jetzt sozusagen, Arex, äh, wo sind wir jetzt gerade, in Arex, äh, Arex-Hack, ähm, sollte ich eigentlich wissen, weiß ich auch nicht, könnte ich mir mal vorstellen, dass das der, der Morse-Code ist, äh, äh, sozusagen, so, die scannen mich hier fleißig, ich habe die Information, hat man eben, ah, da ist ein Freund von mir, Link 3N, so, und ich gucke, ich gucke mich jetzt einfach mal um, und scanne, äh, die hier, das ist eben, der, 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 der Kobra Mark 4, der ist gefährlich, der ist aber sauber, ja, der Wächter hat mich eben gescannt, sieht man links oben, der Patreos-Wächter, die sind natürlich immer auch sauber, weil es ja die Wächter sind, aber haben immer einen Schnack drauf, wie Piraten, so, und wir gucken uns, wir sehen unten im, im, äh, ja, Multifunktions-Display, weiß ich nicht, wie, wie, wie man das nennen soll, jetzt sehen wir hier einen, oder mehrere, die haben ihre Waffen ausgefahren, ne, den habe ich jetzt genau vor mir, guck mal, das ist eine Wache, und jetzt sieht man, wie, wie er dort unten auf dem Tableau maxiert ist, jetzt nehme ich den nächsten, das ist der hier, scanne den auch, ich sammle Daten, sieht man rechts oben, für inkonsistente Schildleistungs-Dingeskirchen, und da ist noch eine, äh, da ist ein Imperial Clipper, auch eine Patreos-Wache, der hat auch, der hat sogar zwei Daten dabei, inkonsistente Schildleistungsanalysen und divergente Scan-Daten, also das, das lohnt sich wirklich teilweise, die durchzuscannen, in Navigationsboien, jetzt nehme ich den mal hier, der hat, der fährt seine Waffen aus, da hinten, jetzt nehme ich einen da drüber, weil der war ein bisschen weiter weg, hier, Andy Calvert, äh, der ist gefährlich, und sauber, ja, hat keine Daten, die ich abgreifen kann, jetzt checken wir mal die hier oben, Chief Brody Hanrieder, was fliegt der, eine Walscher, ah, der ist gesucht, der ist allerdings im Geschwader, das sieht man da jetzt, mit dem, äh, Display nicht so gut, weil da gerade, jetzt sieht man es besser, der sieht, der ist im Geschwader mit, der ist Meister, das ist natürlich nicht allzu viel, also, so wie ich, bin auch nur Meister, ähm, aber er ist, äh, im Geschwader mit, mit drei Kumpels, einer hier ist der Diamond Explorer hier, der Paradox, der ist auch Meister, der ist auch gesucht, und der andere Kumpel hier, ist, äh, dieser, äh, Hundesfot, sozusagen, das ist, das hat der auch, der Diamondback Explorer, rechts sieht man die, 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 das Navigationssignal, wo ich mit der Nase dran ditsche, ne, wir können es ja ein bisschen wegschubsen, so, dong, ich schubs es, ich gebe einfach Vollgas, aber es geht nicht weg, okay, bitteschön, äh, aber wo war ich, also bei dem Geschwader, aber, weil ja eben diese verdammten Piraten mir, äh, das ist er nochmal, äh, die Hülle weggeballert haben, das sieht man ja rechts unten, ich habe nur noch 71% Hülle, äh, habe ich, ehrlich gesagt, keinen Bock, mich hier mit dem Geschwader anzulegen, weil wenn die einigermaßen kämpfen können, und Meister ist also so schlecht auch nicht, äh, dass der interne Sicherheitsdienst, der ist grün natürlich, der kämpft jetzt gerade mit einem, den könnte ich natürlich, okay, da können wir mal hin, aber höchstwahrscheinlich, wenn wir da sind, wird er den schon, schon niedergemetzelt haben, ne, das ist der Typ da, ach, okay, dann können wir natürlich, wenn wir jetzt warten würden, bis hier Chief Brody, äh, äh, ein bisschen runtergeschossen worden ist, wo ist er, ist das Chief Brody hier, das ist wirklich nervig, ach nee, das ist einer von seinen Kumpels hier, auch machen wir uns einfach mal den Spaß, und, und ballern mal ein paar ab, wo ist die Walscher, die ist die gefährlichste, das ist der Paradox hier, ne, der ist auch nicht, der nächste, will, äh, das auch, da ist der, Superior, wo ist er, wo bist du, wo bist du, wo bist du, verdammt, ich seh dich nicht, Superior, oder ist er schon erledigt, so wie es aussieht, wer ist er hier, der ist die Wache, ah, den können wir eventuell noch, der hat keine, keine Schilde mehr, damit teilen wir uns einfach mal dran, der düppelt, und dem knallen wir mal ganz gemütlich, ein paar, so, und jetzt kann ich's, kann ich's mir sozusagen einfach machen, ich brauch den gar nicht weiter zu beballern, so, und kann mir sogar einen anderen aussuchen, und krieg trotzdem die Belohnung, so, jetzt suchen wir uns mal, einen anderen Bösewicht, haben wir auf den schon geschossen hier, ach so, ups, nee, das ist die Patriots, was ist in einem Wache, da muss man natürlich aufpassen, denn wenn man, nur eine Millisekunde auf die Jungs schießt, dann, äh, das ist auch die Wache, das ist er ja auch die Wache, wo sind denn die Bösewichte eigentlich hier, wer ist er hier, auch eine Wache, böse, einer ist geplatzt, das ist eine Wache, wo sind denn die Bösewichte, da oben ist einer, der hat seine, wer ist er hier, das ist auch eine Wache, da oben einer, oder sind die Bösewichte alle schon, schon weggeknallt, mal sehen, wer ist er denn, das ist auch eine Wache, es wimmelt ja von Wachen hier, na so wie es aussieht, sind sie alle erledigt, der ganze Raum ist ja auch voll mit, mit, äh, mit Materialien, äh, so wie es aussieht, ist keiner von den Bösewichtern mehr da, jetzt gucken wir uns mal um, was hier an Materialien so rumfliegt, ob da irgendwas Interessantes, Schildsensoren, haben wir 196 von 200, dafür stehe ich ja, stehe ich ja noch nicht mehr auf, äh, ansonsten ist kein Material da, das rote Material, die steht bei mir auf der Ignorierliste, weil von denen habe ich so viel, dass, äh, die einzigen, hier die Schildsensoren, habe ich auch, kann ich auch, kann man jetzt rechts sehen, die setze ich einfach auf die Ignorierliste, dann nerven die beim nächsten Mal, wenn ich Materialien sehe, nicht, äh, und werden nicht als zu, äh, als zu, als sammel, äh, würdig sozusagen angezeigt, ja, ich bin ja leicht enttäuscht hier, Sidewinder, kompetent, der ist sauber, der Kumpel, der mit ihm fliegt hier, der ist natürlich auch sauber, Lady Hauler, Hauler ist der Flieger, ne, die sind im Geschwader, die beiden, sieht man unten links, ne, und, äh, und, äh, jetzt haben wir also die, die Info gekriegt, wir sind ja noch im Bereich der Navigations, äh, äh, Boje im Normalraum, und im Normalraum kann man die, hier in der Navigation, man sieht, wir sind in der, äh, an der Navigationsboje im Normalraum, in dem wir uns jetzt befinden, können wir die, äh, Signalquellen nicht sehen, zur Einfachheit habe ich den Filter eingeschaltet, das ist der hier, und wie man sieht, habe ich nur, äh, einfach um eine bessere Übersicht zu haben, Übersicht zu haben, Sterne, Signalquellen und Systeme, äh, für mich sichtbar macht, alles andere ist, wenn ich nach Signalquellen suchen will, uninteressant, weil es quasi nur die Übersicht stört, und jetzt wird man sehen, wir befinden uns jetzt noch im Sozial, im Sozialraum, hätte ich jetzt fast gesagt, okay, wir, wir laden auf, springen in den Hyperraum, und da wird man sehen, unter Kontakte, so, Engage, okay, wir gehen auf 50%, um die maximale, äh, Navigationsmöglichkeit zu haben, so, und jetzt sieht man hier, die, von oben angefangen, die erste hochgradige Emission, die zweite, gucken wir mal weiter, okay, hier fangen die Systeme an, das heißt, wir haben hier, zwei hochgradige, jetzt nehme ich zuerst mal, die nähere, 2000 Lichtsekunden, nehmen wir die als Ziel, schnell, und man sieht rechts oben, äh, dass ich für diese, die ist noch 18 Minuten gültig, das schaffe ich also locker, und jetzt gucke ich mir an, die zweite, um, die ist direkt vor uns, und die ist 25 Minuten gültig, häufiger mal ist es so, ich nehme also jetzt, also, weil ich, es reicht sowieso, in jedem Falle, aber ich mache es einfach mal, um es vorzuführen, ich nehme also jetzt die kürzere, von der Zeit her, äh, wo war sie noch, äh, da ist sie, die hat 17 Minuten, gebe Vollgas, und springe da rein, und, dann habe ich ja immer noch für die andere, die war irgendwie 26 Minuten oder so, ein paar Minuten mehr, nun brauchen wir definitiv für 1800 Lichtsekunden, äh, keine 17 Minuten, und nicht, nicht mal annähernd, ja, und, äh, wir springen da jetzt also einfach mal rein, zur Vorbereitung, mache ich hier, man sieht es links, stelle ich die, die Waffengruppe auf die Sammler, und, ich befinde mich, ich schalte es einfach mal um, das wäre also hier der Analysemodus, da hätten wir den Scanner hier, für die Umgebung, und die Oberflächenklamotte, ich habe es aber im Kampfmodus, äh, parallel, äh, den, äh, den Frachtsammler geschaltet, so, wir haben sieben Sekunden jetzt noch Entfernung, und, man hat es nicht gehört, aber wer, wer genau zugeguckt hat, hat gesehen, dass in der Sekunde rechts unten der Geschwindigkeits- oder der Schubanzeiger, äh, den habe ich auf 75% gestellt, äh, das geht natürlich nur schnell und sicher, wenn man es mit Tasten belegt, also ich habe alle von 0 bis 100%, jeweils in 25%-Schnitten, auf die Tasten gelegt, viele legen sich aber auch nur 0 und 75%, weil, äh, die braucht man eben am häufigsten, so, und jetzt, ich werde es mal zeigen, links unten, wenn das blau wird, gebe ich Vollgas, jetzt ist es blau geworden, ich gehe wieder auf 100%, und muss irrsinnig aufpassen, weil ich nur eine Millisekunde Zeit habe, jetzt ist eben unten die, die Nachricht aufgepoppt, so, jetzt gucken wir uns erstmal an, halten den Vogel an, machen die, die Frachtluke auf, und gucken uns jetzt erstmal, an, das sind also dreimal imperiale Schilde, ich schmeiße eine Drohne raus, und die zweite raus, nachdem die, nachdem die weg ist, und zeige das mal in der Kamera, so, jetzt können wir runterfahren, und man sieht immer in der Kamera, wie die Drohnen, unter, unter das Schiff, äh, hier sind die ganzen Trümmer, ne, wie die, wie die ihre, die Materialien aufsammeln, und in die Frachtluke rein, äh, stopfen, jetzt haben sie es gemacht, weil ich habe zwei rausgeballert, also es war natürlich normalerweise zu viel, und, äh, ich fahre mal näher dran, damit man es sieht, äh, und, äh, also normalerweise hätte ich nur eine Drohne gemacht, aber ich wollte es jetzt mal fürs Video, das ein bisschen hübscher ist, und jetzt, hm, haben sie keine Sammlungsziele mehr, das teilen sie auch mit, sozusagen, das werden wir gleich sehen, wenn wir ins Crugbit zurückkehren, und verharren unter dem Schiff, und, wenn jetzt, sagen wir mal, hier eine Kampfzone wäre, oder sowas, dann bleiben die bis zum Ende ihrer Lebensdauer, ich kann mit dem Schiff navigieren, wie ich will, ich kann auch kämpfen, die bleiben einfach da, und wenn irgendein Material in der Nähe ist, dann sammeln die das auf, und packen das in meine Luke rein, das hat nur für mich den Nachteil, dass ich, dass das nur klappt, wenn nicht die Frachtluke offen ist, und wenn sie offen ist, kann ich zwar, äh, ist das Schiff wesentlich langsamer, ja, das ist ganz praktisch, bei großen Kampfschiffen, wo man sich nicht allzu viel bewegen muss, da dreht man sich mehr oder weniger und ballert, ballert gemütlich alles ab, was da, was nicht bei drei auf Bäumen ist, und, ähm, aber bei so einem Mittelklasse-Schiff, wie hier der Imperial Clipper, äh, da muss man schon sich bewegen, beim Kämpfen, und, äh, dann muss man natürlich zusätzlich immer, wenn eine Drohne sich nähert, das sieht man zwar auf dem, auf dem Radar unten, aber man muss natürlich dann eben, eben die, die Klappe aufmachen, weil, wenn sie kommt und ballert gegen die, die verschlossene Tür, äh, also entweder geht sie kaputt, oder, also früher war sie kaputt, ich meine, heute gäbe es eine Warnmeldung, da macht man die, die Luke auf, und dann geht es doch so, irgendwie, äh, wird das Spiel ja, äh, immer mehr für Doofe, aber, ich weiß es nicht genau, müssen wir mal probieren. Worum es jetzt eben geht, ist, ich wollte nur mal zeigen, da sieht man die, die Frachtluke, ich mache sie jetzt zu, wenn man mal genau guckt, in der Mitte, ich mache sie wieder auf, so, mache wieder zu, können wir mal gucken, ob wir mit der Kamera noch ein bisschen näher dran kommen, eigentlich, so, ja, hier sieht man die Drohnen, so sehen die aus, ne, und die haben jetzt, je nach Güte des, äh, was man sich eingebaut hat, des, äh, wie heißt das, des, äh, ja, die Drohnen, äh, richtig, Drohnensteuerung, die gibt es natürlich auch, wie, wie Waffen und alle möglichen, alle Sachen eigentlich, in verschiedenen Qualitätsstufen, und, äh, die, äh, manche halten länger, äh, von der Zeit her, manche haben eine, eine, eine größere Reichweite, äh, da muss man sich die aussuchen, die einem am besten passen, und, und ganz nebenbei, die man sich auch leisten kann, und, äh, diese hier weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir gleich mal gucken, wie, wie, das sind, das sind, glaube ich, die besten, die es gibt, und, äh, weil dieses Schiff eigentlich, das brauche ich so zum, um das zu machen, was ich jetzt immer, achso, ich mache mal einfach zum Spaß, Luke zu, zack, wunderbar animiert, das ist ein Traum, bei Elite Dangerous, das ist, ne, dieser Schieberegler, also, die Grafik ist der, ist der absolute Hammer, wenn man sich das jetzt mal anguckt, hier, Leute, hier sieht man den Hintergrund, fahr nach rechts, genau, sieht man den Nebel, ne, oben und unten, sieht aus wie die große, und die kleine, Magellansche Wolke, so würde ich sagen, so sehen die jedenfalls aus, und wir sind ja in der, in der Nähe von Seoul, wir sind zwar, 100 Lichtjahre weg von Seoul, aber, da spielt ja inter, intergalaktisch, äh, überhaupt gar keine Geige, ähm, und man sieht also diese, traumhaften, Magellanschen Wolken, wie gesagt, die große und die kleine, und, äh, als Hintergrund vor unserem Schiff, und drunter die Drohnen, ne, und ich mache das auf, also, ich meine, hallo, ne, das, das ist schon was, so, umringt von Trümmern, die sich aber, wie ich jetzt gerade feststelle, aufgehört haben zu drehen, so, jetzt darf ich nicht so lange quatschen, jetzt schalten wir mal die, äh, die Kamera aus, äh, man sieht übrigens, unter uns, blinken die, noch aktiven, die Drohnen, die gehen allerdings kaputt, wenn ich jetzt aus dem Normalraum rausballere, was ich jetzt mache, weil ich habe ja jetzt das Ziel, äh, zur nächsten Navigationsquelle, äh, äh, Signalquelle zu, äh, 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 hinzufliegen, so, das gucken wir, die nehmen wir jetzt mal als Target, da ist sie, hochgradige Emissions, Ziel auswählen, zack, und die ist rechts unter uns, Twist and Roll, sozusagen, wir haben noch, ach, wir haben noch 16 Minuten Zeit dafür, also, alles easy, und, High Grade Emissions, Neudeutsch, wir ballern da jetzt hin, äh, jetzt könnte ich zwischendurch mal hier, diese Viper checken, ne, ob die irgendwelche Daten uns abzugeben hat, hat sie aber nicht, die ist sauber, ne, jetzt schalten wir wieder auf die, so, und jetzt kann man das mal sehen, weil ich hab ein paar Sekunden zu, zu lang gewartet, äh, weil ihr habt gesehen, wir waren nur noch vier Sekunden entfernt, das ist natürlich für eine reguläre Annäherung, äh, äh, viel zu, viel zu kurz, das hab ich jetzt korrigiert, Loop of Shame, in der letzten Folge zweimal, jetzt einmal, peinlich, 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 so, leckerer Kaffee, nachts um 2 Uhr 44, Kaffee, du hast sie nicht mehr alle, äh, Selbstgespräch, so, äh, und jetzt mach ich's wieder mit dem Vollgas geben, wenn die untere, also wenn das Tempo, auf, auf, äh, blau wird, gebe ich Vollgas, das wird, achtet auf die Geschwindigkeit rechts, ne, jetzt muss man sich konzentrieren, weil jetzt muss es schnell gehen, zack, ne, da muss man also blitzschnell, reagieren, und ich sehe voraus, äh, ich hab vergessen, die, die Frachtluke aufzumachen, die, die bremst den Vogel auch noch ein bisschen ab, dafür drehe ich jetzt einmal um, so dass die Drohnen unter mir sind, dann lassen sie sich leichter aufsammeln, ich mach die Luke auf, und guck erstmal nach, was wir hier eigentlich, eigentlich in der Signalquelle haben, und wir haben einmal radiologische Legierungen, das ist alles sehr wertvoll, und dreimal leichte Legierungen, der absolute Hammer, okay, ich schmeiß die erste Drohne raus, das sieht man unten, dieses, äh, dreieckige Symbol, jetzt kommt die zweite raus, und jetzt wird gesammelt, Frachtluke ist offen, und wir gucken uns die ganze Sache nochmal an, ne, und durch meine Drehung, hab ich eben dafür gesorgt, dass die Drohnen, äh, Quatsch, das Material unter mir sind, das ist beim Mining nicht ganz unwichtig, wie die Lage des Schiffes in, in puncto Drohnen ist, um das zu optimieren, damit die Drohnen eben möglichst schnell, ihre Fracht in die, äh, ihr Material sozusagen, ist ja keine Fracht, äh, in diesem Falle, so, der bringt das letzte noch hin, und wartet jetzt, quasi auf weitere Befehle, ich mach wieder, ich zeig's nochmal, ich mach mal wieder die, die Frachtluke zu, die jetzt noch offen ist, ne, sollte eigentlich offen sein, hab ich's schon zugemacht, Tatsache, die ist zu, gewesen, was ist das denn, ach, ach, das war ja eben die Frage, die war, aus irgendeiner Gründe war sie zu, und offensichtlich war noch Material, äh, vorhanden, irgendwelche Sachen, und die haben gewartet, die gehen also neuerdings nicht mehr kaputt, die Drohnen, ja, da hat sich die Frage ja schon, schon erledigt, die holen jetzt noch, noch zwei Sachen, so wie es aussieht, zack rein, zack rein, weil die Luke jetzt wieder offen war, das ist natürlich einerseits ganz praktisch, äh, muss ich mir merken beim Kämpfen, weil dann kann man natürlich okay sagen, äh, die, die, die haben dann ihr Material, fliegen mit dem Schiff mit, und wenn man mal eine Sekunde Zeit hat, während des Games, dann machst du kurz mal die Luke auf, dann, dann packen die wieder, und können die wieder sammeln, gut zu wissen, äh, es schadet ja nicht, wenn man mal sein eigenes Schiff von unten anguckt, ne, macht man ja normalerweise nie, sondern nur, wenn man, wenn man Videos dreht, damit andere Leute das sehen können, die, mit, mit dieser Simulation, ich, ich weigere mich Elite Dangerous als Spiel zu bezeichnen, das ist definitiv kein Spiel, ähm, äh, als Anfänger das mal zu sehen, wie hochkomplex das ist, so, die Drohnen warten jetzt, das sind ja natürlich neue Drohnen gewesen, weil die anderen beiden, sind ja beim Rausspringen aus der letzten Signalquelle kaputt gegangen, weil im Hyperraum, äh, begleiten sie das Schiff nicht, sondern nur im Normalraum, in dem wir uns jetzt befinden, okay, jetzt machen wir die, die Klappe zu, zack, und gehen aus der Kamera raus, sind jetzt, sieht man noch die letzte Meldung, die sie gemacht haben, hier, Frachtgreifer runtergelassen, das war eben, dann haben sie noch, noch, äh, äh, Legierungen gebracht, und, gut ist, okay, sonst ist hier nichts, wenn ich mal unter Kontakte gucke, sieht man hier nur zwei Drohnen, und die Materialien haben wir inzwischen im Bauch, so, zack, jetzt gehen wir aus der Signalquelle wieder raus, Vollgas, und die Sprungsequenz einleiten, in den Hyperraum, und, ich gehe dann immer auf, auf 50% runter, damit ich mich schneller drehen kann, gucke nur zur Sicherheit mal in der Navigation nach, ob noch Signalquellen da sind, aber man sieht hier, es sind überhaupt gar keine Signalquellen mehr da, es waren ja nur zwei Highgrade da, so, und, äh, jetzt überlege ich mal, was man macht, äh, normalerweise, also, äh, viele würden jetzt, wenn sie wirklich nur drauf scharf sind, Material zu sammeln, würden, also, ausloggen, wieder einloggen, in einer anderen Instanz, äh, aber, das, äh, stört mich natürlich so ein bisschen, weil, äh, ich, ich, ich spiele ja diese Simulation auch, weil, weil sie einfach schön ist, und, und, so eine, so eine starke Immersion eben hat, und, äh, äh, dann machen wir es jetzt so, dann springen wir mal ins Nachbarsystem, ah, LTT 1509, da ist es, LTT 1509, nur zehn Lichtjahre, okay, da springen wir mal hin, jetzt gucken wir uns mal an, die haben einen Status vom, vom Aufschwung, ähm, gehören zum Imperium, und, äh, da kann es sein, es ist eine Hightech-Wirtschaft, und, die nehmen wir jetzt als Ziel, raus damit, die sind über uns, und da springen wir jetzt mal rein, ne, Vollgas, und gucken uns da mal an, wie es aussieht, damit ihr mal seht, wie man, äh, Highgrade sammelt, so, jetzt ganz wichtig, Schuhpäbel zurück, damit wir nicht, eventuell in die Sonne donnern, der Schuhpäbel ist das Einzige, was quasi funktioniert, so, ne, wir gehen in den Analyse-Modus, und, und aktivieren, was man eigentlich immer macht, den Honk, da ist der berühmt-berüchtigte Honk, sammeln, ein bisschen Treibstoff, nicht, dass wir so, unbedingt, unbedingt brauchen, aber, jetzt nur, mal um es zu zeigen, ich mach mal Stopp, der Treibstoff, sagen wir, ist in Auktion, die Kiste ist zu, zu dreiviertel voll, also wäre gar nicht groß nötig, die Hitze ist stabil, ungefähr bei 65% ist so die Stelle, wo noch einigermaßen ordentlich Treibstoff reinkommt, und die Kiste nicht, äh, zu schnell zu heiß wird, die wird jetzt langsam heißer, seht ihr ja, jetzt ist es 68%, aber das dauert noch, bis es 70% oder 80% oder 90% ist, haben wir noch Zeit, in der Zeit ist, ist genügend Zeit zu gucken, ähm, und sozusagen die, die Navigationsboje, als Ziel, man sieht hier eben auch dort, ich könnte jetzt alle, unidentifizierten Signalquellen, das sind ja immerhin, was weiß ich, 10 Stück oder, oder, oder so, abklappern, aber es ist einfacher, wenn man gezielt auf die Highgrades ist, auf die, ach so, übrigens, hat man eben gesehen, hier ist es so, lokale Aktivitäten, sieht man, es gibt Söldner, es gibt Piraterie, und es gibt Kopfgeldjagd, das ist schon immer ein Zeichen, dass in der, in der, äh, Navigationsboje, äh, ordentlich was los ist, und da fliegen wir jetzt erstmal hin, wir werden auch langsam ein bisschen warm, 75 Grad, ne, weg von dem Stern, jetzt sagt er sogar, Fuel Scooping, Scooping Complete, der Tank ist also voll, ne, und wir haben die Navigationsquelle quasi hinter uns, jetzt gehen wir auf 50%, damit wir möglichst manövrierfähig sind, und, äh, nehmen die jetzt erstmal aufs Grauen, und gehen eben da jetzt drauf, machen die den gleichen Schnellsprung wieder, wenn man achtet drauf, in der Sekunde, wo der erste von den beiden Werten, Entfernung und Tempo, links im Display, äh, blau wird, gebe ich Vollgas, damit ich die teilweise doch 10, 15, 20 Sekunden, äh, das ist jetzt der Fall, Vollgas gegeben, jetzt konzentrieren, man macht nur wenig Zeit, jetzt entscheidet sich, ne, und in der Sekunde, so, vor uns ist die Navigations, ist das Navigationssignal, das scanne ich jetzt erstmal, dass das gescannt wird, sieht man links unten, ne, und ich hole mir alle Daten aus diesem System, steht oben rechts, ist kein abgeschlossen, System, da hat man runtergeladen, okay, ich fahre schon mal die Waffen aus, gehe aus dem Analysemodus raus, und, äh, was hier mit dem Hut passiert, ist, ist mir ein Rätsel, ähm, und, mach mal, mach mal volle Pips auf Waffen, und guck mal an, was hier so für, für kriminelle Elemente durch die Gegend fliegen, hier fliegt ein T, T6 oder T9, was ist das, irgend so ein T9, also ein, ein riesen Dickschiff, kommt überhaupt nicht von der Stelle, ne, ist im, äh, ist sauber, und natürlich seine Kumpels, die im Geschwader mitfliegen, hier, die sind natürlich auch sauber, ich scanne sie eben mal, nur um es mal zu zeigen, und der hatte auch wieder zweimal Daten dabei, seht ihr oben rechts, die Massenscann-Daten, und die inkonsistenten, äh, Schildleistungsanalysen, ne, also gucken wir mal den dritten, ne, das ist ein Diamondback, ob der Daten dabei hat, hat's natürlich nicht, weiß ich vorher, aber wenn einer im Geschwader Daten mit hat, dann haben die anderen in der Regel eben keine, aber nur um es mal zu zeigen, so, und jetzt sind ja hinter mir, jetzt ist da gerade einer reingesprungen, und hinter mir sind, sind Kollegen, und die gucken wir uns jetzt einfach mal an, ich mache jetzt einen Loop, und scanne die mal, ne, da sind sie schon, ne, gucken wir mal, was das für Vögel sind hier, Imperial Eagle, das ist eine Patriotswache, also die nervigen, der ist, gehört auch dazu, ne, jetzt gucken wir mal den nächsten an, noch eine, die sind alle sauber, jetzt gucken wir oben mal dieses Geschwader an, ne, das ist eine Vulture, das könnte schon eher ein Bösewicht, jetzt scanne ich die anderen, da ist noch ein Geschwader, hier, Mastu, äh, Povey, ne, Pison, ne, der ist auch sauber, ne, das ist so, so grenzwertig, wenn der, ich weiß jetzt nicht, welchen Rang der hatte, aber mit einer Pison zu kämpfen, ist schon für ne, für ne, Klippe, in der ich hier sitze, äh, da muss ich schon, schon deutlich besser sein, weil, ähm, das Schiff ist, ist gleichwertig, so, so wie es aussieht, sind hier doch keine Piraten, gucken wir mal nur hier, ob hier vielleicht welche sind, das war hinten der, ich glaube, das war der, der T9, hier die, die, die lahme Kiste da, da hinten hat einer seine Waffen ausgefahren, da oben, gucken, das ist der da, das ist irgendwie, entgebende Mamba, die ist tödlich, ist aber leider sauber, die hätte ich dann sonst gerne abgeschossen, weil, wenn man natürlich tödliche hat, außerdem ist der, ist der alleine, das wäre natürlich super gewesen, dann würde mein Kampfrang steigen, weil, es bringt mir gar nichts, wenn ich, wenn ich Gegner abballere, die vom Rang her, unter mir sind, äh, das, bringt überhaupt nichts, sondern, äh, am besten eben tödliche oder Elite, äh, Piloten abknallen, äh, aber das ist natürlich, sagen wir mal so, Elite ist nicht so, hier ist es jetzt, ich hatte gesammelt, hier die inkonsistenten Schildleistungsanalysen und die entschlüsselten Emissionsdaten und eben habe, ich hatte noch was gesammelt, bloß da hat er mir eben gesagt, da steht es oben, Datenhalt ist nicht möglich, weil mein Materiallager einfach, Datenlage ist einfach voll, ne, jetzt gucken wir mal, was das für Vögel sind hier, das ist wieder die Patreuswache, also so wie es aussieht, ist im Moment hier keine Piraten in Sicht, ich fahre die Aufhängung wieder ein, und die Pips auf, äh, auf Antrieb und, äh, wir springen jetzt erstmal, jetzt ist die störende Masse von irgendeinem Vogel, da, da booste ich, ne, damit ich einfach eine Entfernung zurücklege, sonst müssen wir, müssen wir unnötig 10, 15 Sekunden warten, bis wir aus der Masseanziehung rauskommen, hier wieder mein Rezept auf 50% gehen, den Sammler einschalten und erstmal nachgucken, in der Navigate, so, jetzt sehen wir hier, was haben wir hier, verschlüsselte Emissionen, nochmal, Waffenfeuer, Notruf, bla bla bla, verschlüsselte, verschlüsselte, da, da ist schon eine hochgradige, die, hier ist nur eine hochgradige, die nehmen wir uns jetzt aufs, aufs Korn, 4.500 Lichtsekunden weg, so, sollte man eigentlich so, ja, okay, gut, dass ihr es mal gesehen habt, so sollte man es eigentlich nicht machen, ne, aber weil das Ding so, die ist so weit weg, jetzt dauert es natürlich ewig, weil, weil wir viel zu nah an dem Stern sind, bis wir die Kiste auf maximale Geschwindigkeit haben, man sieht es ja auch hier, wenn es in der Geschwindigkeit weitergehen würde, noch über eine Stunde, das war, das war ein Anfänger-Pilotenfehler von mir, weil ich nach unten weggetaucht bin, ohne, ohne nachguckt zu haben, was unter mir ist, ne, und das ist natürlich nicht so witzig, aber gut, dass ihr es mal gesehen habt, ich bin ja sogar, kürzzeitig in den Bereich vom Stern reingekommen, wo, äh, der Fuel Scoop ist wieder angesprungen, äh, also, es war schon relativ nah, aber was soll's, äh, gut, wir sind jetzt on the way hier zu, äh, das ist, diese Emissionsquelle ist, äh, 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 sozusagen abgelegt worden, von, der Fraktion mit dem und dem Status, das steht da oben, ne, und je nachdem, wie die, wie die Machtverhältnisse sind, äh, äh, weiß man eigentlich, was einen ungefährner erwarten könnte, wenn man, wie jetzt zum Beispiel sind, wir in einem imperialen System, also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir imperiale Schilde kriegen, die sehr wertvoll sind, Grad 5, oder irgendwelche Proto-Legierungen, und so weiter, also alles, wie gesagt, alles High-Grade-Sachen natürlich, okay, ich geh jetzt wieder, auf, auf die 100%-Taste, weil es einfach nicht möglich ist, mit dem, mit dem Throttle, mit dem kann man wunderbar fliegen, und das ist alles bestens, nur eben, es ist absolut völlig unmöglich, genau auf 75% oder, oder, oder 50%-Taste zu stellen, jetzt in der Sekunde, wo wir sieben Sekunden noch, noch entfernt sind, gehe ich mit dem Schub, auf 75% runter, jetzt, zack, habt ihr gesehen, rechts unten, ne, äh, da kann man noch, eine Viertelsekunde warten, bringt aber nicht so allzu viel, ne, und jetzt kommt wieder, also, meine Taktik, äh, dass ich in der Sekunde, wo, hier wäre es jetzt, absolut nicht nötig, weil wir haben noch, wir haben noch 24 Minuten, also, und die Zeit, äh, wenn wir reingesprungen sind, in die Signalquelle, äh, dann, äh, ist die Zeit sozusagen, dann wird es gestoppt, da können wir uns eine halbe Stunde drin aufhalten, und sammeln, und machen und tun, äh, die Materialien verschwinden nicht, nur dieses Signal verschwindet, wenn der, äh, Counter da oben rechts auf Null, äh, springt, so, und ich mache es jetzt wieder so, oben die Entfernung, und Tempo ist blau, ich gebe Vollgas, hört man ja auch, Konzentration, zack, ne, und da hat man wirklich nur eine Viertelsekunde Zeit, jetzt mache ich es wieder analog, ne, ich mache jetzt einfach der Einfachkeit halber, jetzt sind die drei, wir gucken danach, was ist es, schicken trotzdem schon mal eine Drohne raus, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier, wie ich gesagt habe, drei imperiale Schilde, also neun Stück, weil jeweils ein Material sind, drei, neun Stück, ist natürlich der Hammer, im Extremfall, da gibt es, gibt es sogar manchmal Systeme, wo fünf, also 15 imperiale Schilde sind, hier mache ich es jetzt so, um es einfach mal zu zeigen, wir machen es nur mit einer Drohne, wir gehen mal wieder mit der Kamera raus, weil das einfach so super aussieht, Display aus, ne, dass man sieht, die kommen von oben, weil das Material sich über uns befindet, hat man ja eben an dem, an dem, äh, Display gesehen, und tauchen dann unter unserem Schiff durch und ballern es, äh, in die Luke rein, gucken wir mal, okay, der hat jetzt die drei schon gesammelt, ne, und wartet, er hat keine gültigen Sammlungsziele mehr, ne, zeigen wir nochmal, weil ich finde, das sieht so, das Wort mit G aus, wenn die Luke zu geht, so, Luke zu, zack, natürlich ohne Geräusch, weil, wir befinden uns ja mit der Kamera im luftdehnen Raum, und wie ihr alle aus Physik für Anfänger wisst, es gibt natürlich nur eine Schallübertragung, wenn Medium da ist, ne, und ich meine nicht Äther, okay, Kamera raus, äh, die Drohnen, die, es gibt keine Möglichkeit, die Drohnen irgendwie wieder zu verwerten, die sind jetzt verloren, weil wir springen jetzt wieder in den, in den Hyperraum raus, ne, Vollgas, und, Sprungsequenz einleiten, äh, in dem Moment, jetzt sind sie verloren, ich mache wieder auf 50%, wegen der Navigations, äh, äh, und so weiter, und jetzt gucken wir nochmal, was wir hier so haben, wir haben ein paar verschlüsselte Emissionen, wir haben Waffenfeuer, wir haben nochmal verschlüsselte, nochmal verschlüsselte, ah, und zu, dazu gekommen, noch eine, die war eben nicht da, hier, die zweite hochgradige, die schnappen wir uns, ist natürlich jetzt sofort, die ist natürlich genau hinter uns, rechts sehen wir, dass wir noch 34 Minuten dafür Zeit haben, das ist natürlich also mehr als easy, die ist sozusagen neu aufgetaucht, ich wusste noch, dass die System gut war, wir haben inzwischen wieder Vollgas gegeben, wie ihr seht, jetzt nehme ich den Throttle raus, und, äh, lege die, äh, 100% wieder auf die Taste, daher eben dieser kurze Zucker, so, wir können uns angucken, hier ist noch eine degradierte Emission, hier oben auch, eine Verschlüssel, das sind Schiffe hier oben, äh, oder respektive, äh, nicht, nicht Schiffe, das sind, sind, äh, Himmelskörper, also Planeten oder Monde, und, äh, aber heute ist ja das Ziel, sagen wir mal, hochgradige, äh, Missionen zu sammeln, dass ich das mal zeige, wie das aussieht, und wie man das so macht, äh, wie man sie findet, und die Regeln, die sind ein bisschen komplex, das, das, das werde ich später mal irgendwann erklären, da gibt es aber auch gute Videos von anderen Leuten, äh, hier ist sozusagen nur das Handwerk, was ich, was ich mal vorzeige, so, jetzt, das wird auch das Letzte sein, was wir, was wir jetzt in diesem Video machen, ne, wir sind mit 100%, äh, äh, Schub, in Richtung auf die, die Emissionen, ne, äh, haben noch 25, äh, äh, Sekunden Zeit, was aber natürlich abhängig von der Geschwindigkeit ist, das ist also nicht linear, und in der Sekunde, wo wir auf, auf 7 sind, gehe ich mit dem Schub auf 75 zurück, achte mal, rechts unten, ne, zack, bin auf 75, äh, gegangen, und jetzt, jetzt machen wir es mal ohne, äh, meine Art, äh, die Signalquellen anzufliegen, da werdet ihr sehen, dass zwischen dem ersten, äh, ersten Erreichen des, des blauen Bereiches, und der, und bis der zweite Bereich auch in den blauen Bereich kommt, doch also, was weiß ich, 10, 12, oder wie viele Sekunden vergehen können, die kann man sich sparen, wir können es ja mal, wir können es ja mal ausprobieren, ich mach mal den Trick jetzt hier nicht, ne, so, der untere kommt zuerst, der ist jetzt blau, aber jetzt, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, okay, das waren immerhin round about elf Sekunden, und die spare ich mir natürlich, wenn ich, äh, das kommt davon, wenn man so viel quatscht, normalerweise, wenn ich in die Signalquelle reinballere, äh, fahre ich sofort die Frachtluke aus, weil die meine Geschwindigkeit natürlich, äh, reduziert, so ähnlich wie die, die, das, das Landinggear beim, beim Landen, so, gucken wir uns erstmal nach, wenn wir Zeit genug, was haben wir da wieder gefunden, sehr wertvoll, einmal radiologische Liegerungen, ein Proto, das Typ 5 Material, was richtig gut, und dreimal leichte, also neunmal leichte, und dreimal radiologische, nur um es mal zu zeigen, so, jetzt gucken wir mal, Material, äh, radio, leichte Legierung, da, habe ich selbst, und ich meine, ich bin wirklich, äh, mit Material gesegnet, äh, das ist Grad 4 Material, das heißt, wir haben 109 von 150, sehr wertvoll, und die anderen waren irgendwie radiologische, Dingeskirchen, das waren die, die sind noch wertvoller, ich habe die schon umgewandelt, und so weiter, ne, und da habe, da habe ich also 40 Grad mal von, von 100, also extrem wertvoll, ich, ich mache einfach mal, ich, jetzt habe ich, ich sammle die jetzt mal, und jetzt bleiben wir einfach mal hier, ich schicke die zweite, okay, das war's, jetzt sind sie auf 42, ne, und man sieht in dem Moment, kein Material mehr da, die Drohnen sind alleine, hängen unterm Schiff, langweilen sich, und so weiter, haben wir ja eben alles gezeigt, wir machen die Frachtluke zu, zack, und überlegen uns mal, jetzt machen, würde ich es jetzt so machen, das mache ich jetzt auch, dass ich nochmal rausgehe, weil wir haben ja eben gesehen, aufpassen auf die Trümmer, wenn man rausfliegt, ne, also nicht einfach Vollgas geben, nicht, dass du platzt dann so, aber sagen wir mal so, gut ist es, zumindest für den Lack, ist es ziemlich schlecht, und jetzt gucken wir einfach mal, ich gehe wieder auf 50%, äh, hier ist ein Notruf, das, das kriegen wir mal bei einem späteren Video, wir gucken einfach mal nach, ob wir vielleicht Glück haben, und noch eine hochgradige aufgetaucht ist, nur hier verschlüsselt, und so weiter, was ich allerdings, ehrlich gesagt, nicht glaube, degradierte, ne, also nur verschlüsselte und degradierte, also minderwertiges Zeug, was aber nicht ganz unwichtig ist, wenn man anfängt, das zu sammeln, sollte man das auch machen, hier wäre eine Möglichkeit, die unidentifizierte, ne, vielleicht ist das eine, gucken wir mal eben schnell nach, da brauchen wir nicht, ne, ist es aber höchstwahrscheinlich nicht, es ist eine Konvoi-Auflösungsmuster, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange, Bedrohung 2, ob ich das mal zeigen soll, aber ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe, es müsste eigentlich reichen, äh, wir machen jetzt einfach mal Schluss, und, äh, wenn es interessant wird, mache ich das als, als Fortsetzung, äh, und, äh, bis zum nächsten Mal, okay, euer Commander Albertus, 117, alt, F9, heißt es. 1. 2. 3. 4. 6. 7.